So, Tag Nummer 3. Guten Morgen. Oh, was sagt das Wetter? Wetter für morgen ist wunderschön und sonnig. Aber heute... Hey, du Kackvogel! Ich hab Post. Er hat ein Backpack für uns. Pierre. Pierre ist mein Freund. Er hat ein Backpack. Wir holen uns ein Backpack. Oh, wir uns... Nee, wir müssen jedenfalls nicht gießen. Das ist gut. Das bedeutet, wir können gleich loslegen. Die Sachen erst noch verstauen. Den nehmen wir mit. Den können wir abgeben. Das Artefakt. Gucken wir mal. Gibt's hier noch was zum Einsammen? Nein. Was war das? Hier, er hat ein Backpack für uns. Es ist Wednesday. Toll! Er sagt, er hat ein Backpack für uns und hat geschlossen. Oh, Mann! Na, war ja klar. Weil ein regniger Tag ist, ist hier keiner. Moment, er fällt mal hin. Ich bin da. Demitrius, den hatten wir noch nicht. Dann gehen wir ganz schnell nach oben und gucken, ob Demitrius da ist. Knack. Sind wir hier richtig? Ja. Oh, da versteckt sich eine Pflanze. Meins. Und, noch eine. Was war das? Ha, er liest Zeitung. Hallo! Ich kenn dich noch nicht, oder? Demitrius. Okay. So. Oh, nicht hacken. Shop. Was kann man bei ihr kaufen? Fenster. Deko. Bücherregal. Maguni. Ja, 2000. Ein Kalender. Nice. Braucht jeder. Okay. Stroh, Floor. Warum liegt da Stroh? Mhm. Nice. Interessant, ja. Aber, was ist Upgrade My House? 10.000. 10.000. Nein. Und noch 450 Wood. Vergiss es. Wo ist das? Wo ist das? Ein Kup. Ein Hühnerstall. Den müssen wir machen. Für Tiere. Das ist ein Dings. Ein Silo. Ich glaub, zuerst bauen wir ein Silo. 100 Hardwood für einen Stall. Das ist eine Menge. Iridium. Hier gibt's auch Iridium. Nice. Gut. Das heißt... Ja. Wir haben noch zwei Leute. Das heißt... Shane hatten wir schon. Hier unten müssen wir noch hinten nach Süden. Schön den regnerischen Tag ausnutzen. Mit nix tun. Obwohl, ich könnte... wieder was im Garten tun, wenn ich... die Person da unten gefunden hab, die mir noch fehlt. Ich kann da nicht lang... So. Große Frage. Komme ich da jetzt auch... Ne. Da geht's zum Strand. Ich folg den Typen mal. Genau. Hier war ich noch nicht. Perfekt. Was auch immer das war. Locked. Ach. Hier wohnt Lea. Genau. Lea. Wo ist die Lea? Lea. Und hier? Ah. Hier ist... Marco. Ne. Wie hieß die nochmal? Kann man Heu kaufen? Ein Heater? Was? Ah. Heater. Denn... Dann haben es die Tiere. Warme Winter. Ähm... Ne Schere. Schafe. Wir holen uns Schafe. Wir müssen uns Schafe holen. Ah, okay. Ah, okay. Hier kriegen wir, äh... Tiere. Trotzdem frage ich mich, wo Lea ist. Die ist im Haus. Aber ich kann da nicht rein. So ein Mist. So ein Mist. Na, holen wir hier noch ein paar Sachen. Wieso machen wir das hier? Warum gehe ich nicht zu meiner Farm? Wir gehen zu unserer Farm. Ein bisschen Hofarbeit machen. Ja, wir sind hier richtig. Hier, hier ist meine Farm. Das sieht doch sehr nach meiner Farm aus hier. Oh, ja. Nicht strong enough. Ich weiß. Toll. Mist. Oh. So. Stein. Und ein Mix-Ding. Den pflanzen wir gleich ein. Nicht da. Nicht da. Danke. Äh... So. Und wir haben Clay gefunden. Ach, das wollten wir abgeben. Ach, komm. Hä? Hä? Kann ich... Ich kann es nicht von alleine sortieren. Nein! Ich hasse sowas. Okay. Klappt nicht. Mist. Mist. Machen wir ein bisschen alles frei. So. Am besten wir sammeln ein paar Artefakte. Und wenn wir eine Menge haben, geben wir ab. Weil für ein so ein Ding lohnt sich das ja nicht. Das ist nicht wirklich. Was sind das für komische Geräusche? Schöne Gartenarbeit machen. So. Wir sollten uns vielleicht hier weiter ausbreiten. Da fällt mir ein, wir können noch craften. Moment. Was können wir craften? Was brauchen wir denn dafür? Was haben... Was haben wir doch alles? Ja. Ja. Ja und ja. Das ist eine super Pflanze, die behalten war. Tatsächlich. Nice. Zehn Samen gekriegt. Aus dem paar Pflanzen. Sehr geil. Die... Bepflanzen wir auch gleich mal. So. Das sind... Äh... Drei... Vier... Warte. Also. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Eins. Zwei. Drei. Nöööö. Kann ich das wieder weg machen? Ja. Sehr geil. Ääh. Vier. Das. Das. Warte. Warte. 1, 2, 3 Es ist Wednesday, genau Der Typ hat ja gesagt, äh, nein Genau das hat er gesagt Nein, ähm, ich wollte jetzt eigentlich, äh, noch ein paar Samen kaufen Aber, äh, der Typ hat ja gemeint Sein Laden ist zu Und da fängt das Handy wieder an Weil heute Mittwoch ist Mittwochs hat er, ach komm Mittwochs hat er immer zu Das sind ja, äh, richtige Arbeitszeiten hier Aber, okay Müssen wir denn morgen mal vorbeischauen So Die Skype mal in die Hand nehmen Und los geht's Weil ich will Was ist denn das? Das ist ein Weg Platz da Das ist irgendeine Ruine, okay Und hier Gut Hä? Deswegen Und unsere Energie ist fast weg Den gehen wir hier noch ein bisschen erkunden Ha, sehr geil Uh, sogar Gold Ich weiß nicht so, dass wir nun Jetzt noch eine Leak brauchen Um nochmal Samen herzustellen Okay Hier kommt man hierher Was ist das? Das ist mein Magen Bestimmt die, die, die Fische Die ich gefangen hab Sind mir grad, äh Nicht gut gekommen oder wie Na ja Es ist dunkel Wir gehen schlafen Wenn ich den Weg wieder finden würde Ruhe Hör auf zu hacken So Was ist das? Maple Und ne Nuss P-Pinion Was? Drei verschiedene Samen haben wir jetzt Ah, organisieren Ja Kann man so lassen Würde ich mal sagen So, was können wir noch craften Cobblestone Campfire Ich werde mir doch keinen Field Snack machen Aus, aus den Baumsamen Die sind doch viel zu wertvoll Wenn ich eine Baumfarm einrichten will Nee Wir gehen pennen Verkackte Vögel Ich muss da irgendwas mal gegen tun So Na komm Geh schlafen Und gute Nacht So Dann würde ich mal sagen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Bye 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 Tschüss Bye 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 Yo Bye